Herzlich Willkommen bei www.ciambacy.de. Heute zeige ich euch universelle Kommunikation, wenn alles gut geht mit einem Lebewesen, der einmal als Matthias Fingerhut gelebt hat. Und zwar geboren am 16. Oktober 1936, gestorben, der menschliche Körper am 20.03.2020. Der Matthias Fingerhut, wenn die Kommunikation aber gleich gut läuft, den lerne ich dann auch erst kennen. Das noch als Information für die Zuschauer. Das heißt, die Kommunikation muss mit dem Schlenkungsmittel abgleichen. Und der Matthias Fingerhut hat am 20.03.2020 seinen menschlichen Körper verloren. Wenn die Kommunikation in der Linie mit der Linie gezielt weiter zu steigen, durch den Publikationen auch reduzieren, damit die Zuschauer nach hinten drin zu sehen kann. Wir sehen aber deutlich, dass es sehr viel Klinz in dieser Körper hinterher geht. Und parallel kommuniziere ich noch über Körpersharing. Aber in diesem Moment habe ich das mit dem Matthias Fingerhut noch nicht komplex getan. Das werden wir dann aber gleich noch aufbauen denken. Und für die Zuschauer die Informationen parallel über das Körpersharing kommuniziere ich noch mit anderen Lebewesen, die Ableitungen zwischen das Lebewesen Matthias Fingerhut handelt. Und nun ist der Baum ruhig. Wenn das Lebewesen anwesend ist, was man als Matthias Fingerhut lebt, entsprechend der Daten aus dem Generalanzeiger der Todesanzeige in Bonn, dann steiger bitte einmal den Wind deutlich. Bestätige deine Anwesenheit mit Intelligenz, Bewusstsein und Kommunikationsfähigkeit. Und dass du als Lebewesen anwesend bist und kommunizieren möchtest. Die Zuschauer sehen, dass deutliche gezielte Windwelle nun reinkommt, als bestätigt wird. Und sie sehen den Effekt, dass die Äste sich dann auch deutlich hineinkommen. Das ist also die Hauptpflanze, die wir kommunizieren werden. Und zusätzlich kann das Lebewesen, was sich als Matthias Fingerhut identifiziert, das Lebewesen, das man als der Mann Matthias Fingerhut lebt, wenn er den Wind steigert, stimmt er etwas zu. Darüber kann er gezielt Ja sagen oder zustimmen, wir sind definitiv schlecht. Was nicht bedeutet, dass er jedem Satz immer zustimmen muss. Das ist wichtig zu verstehen. Wenn man die Kommunikation in der Zeit nicht mehr sehen kann, wenn man die Menschen nicht mehr auf dem Wind werden, dann stehen die Menschen mit der deutlichen Windwelle. Und die Kommunikation müssen wir dann am Ableitung im Laufe der Zeit nicht mehr, sprich nun anpassen. Das ist für die Zuschauer, wie als wenn sie einen Menschen neu kennenlernen, den sie noch nicht kennen. Das ist im Prinzip dasselbe, was wir jetzt hier auch gerade hören. Das ist für die Zuschauer. 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 Und den Lebewesen, den man Matthias Fingerhut gelebt hat entsprechend. Der darf nicht. Ich wiederhole die nochmal. 16. Oktober 1936. Ich bin ein menschliches Körper geboren. 20.03.2014. Ich bin ein menschliches Körper verloren. Wenn du dann deiner Familie und deinen Freunden ein klares Währungszeichen setzen möchtest, dann beginne doch mal die Pflanzen jetzt nochmal, die wir in den deutschen Begegnung haben. Wir können hier noch mal die Pflanzen, die Jaxen und die Gäden ein. Die Gäden, die Gäden, die Gäden, die Gäden, die Gäden und die Gäden, die Gäden, die Gäden, die Gäden und die Gäden sind vorher aufgenommen, damit deine Familie und Freunde klar schweigen. Wir beginnen bitte jetzt mit der deutschen Begegnung. Und im oberen Teil bitte aufschütten. Also sprich den Kaus auf, die Gäden, die Gäden, die Gäden und die Gäden sind. Hier ist das schön, wo die Gäden zu tun, die im Kameranzgang befolgen. Noch weiter? Noch weiter? Die Zuschauer sehen, die Weltkrise der kleine Bewegung, die wir sehen, dass die Kommunikationsabstimmung, wie es vorweg gesagt hat. Das war gar nicht in die Kirche. So, und jetzt einmal bitte den oberen Teil deutlich schütteln, damit die Zuschauer das versteht. Noch deutlicher? Jetzt, macht das einmal wie es vorher gemacht, noch ganz am Anfang, und dann komme ich das beste Mal her. So, im oberen Teil sehe ich Ihnen etwas schütteln ankommen, jetzt eine klare Reaktion und Sie sehen, dass der obere Teil deutlich geschüttelt wurde und der gesamte Baum wieder beginnt sich zu schütteln, wie es am Anfang des Videos war. Sprich, der Matthias Fingerhut hatte sich zu Beginn deutlicher gezeigt, als die Kommunikationsabstimmung sonst ergeben würde. So, Matthias Fingerhut ist richtig Lebenszeichen an Familie und Freunde möchte ich Ihnen auch zu sehen. Darf ich Sie kurz fragen, soll ich das Klassische erzählen, im Bezug auf deine Familie und Freunde und die Möglichkeit zu sprechen? Schließlich würde ich Sie dir wünschen, dass die Familie und Freunde von dir die dann sehr handelnd zuwenden, um dann direkt in der Bonnereinwoche so gezielt im Plan und so kommunizieren zu können. Wenn ja, dann sage ich er den Wettbewerb ganz deutlich. Wie kippe die Pflanze durch? Danach sage ich dann, dass wir seinen Freunden was dazu geben, dann noch alles zu machen. Wo ist es so, dass es zum entsprechenden Fremden kommt? Denn ja, jetzt ist es ein Fremden. Die Eingabe sollte es sein. Die Zuschauersehnen und zum Teil deutlich mehr wird ankommen, der obere Teil informiert, mehr Bewegung zu haben, deutlich zu betiteln. Oberer Teil. Den oberen Teil durchgedrückt. Noch deutlicher. Einmal ganz deutlich machen. Noch deutlicher. Und jetzt nochmal, wie zu Beginn in dem Video, wie zu Beginn in dem Video deutlich durchschüttelnd in deinem Stil. Kommunikationsaktion mag er nicht. Gut, damit die Zuschauer das verstehen. Ich probiere mit ihm, jetzt weil ich das Lebewesen nicht kenne, sozusagen meine Kommunikation mit ihm noch deutlicher abzustellen. Er hat sich deutlich und gezielt gezeigt, mehrfach, das haben sie ja gesehen. Und er reagiert, wie man das als Mensch formulieren würde, leicht bockig, wenn ich von ihm eine gezielte Bestätigung irgendwo in den Bereich einfordere. Das ist aber nicht schlimm. Also, ich bin ein lebender Mensch, der gerade ein Lebewesen kennenlernt, was kein Mensch nicht mehr davon mehr hat. Und das sind sozusagen Eigenheiten, die man dann in der Kommunikation feststellt. Das ist jetzt nichts Negatives, sondern notwendig zu verstehen, um das nicht überwässert zu verstehen. Sprich, das Lebewesen mit dem der Lebewesen identifiziert, wie der Lebewesen ist. Aber bestätige das bitte trotzdem einmal mit dem Schiff ins Oben, dass du den Umbeteil der Pflanze deutlich gefühlt musst, um gegen ihn zu bestätigen. Und bestätige das aber einmal oben auch, damit die Zuschauer da ein deutliches Feedback von dir bekommen. Das wäre so super. Die Zuschauer sehen jetzt auf der rechten Seite, dass er dann anfängt, die obere Teil, die Kohle sozusagen zu schütteln, sodass die in den Ästen so ein Movement gesehen haben, dass sie sich von links nach rechts bewegen. Und Sie sehen da, wo sich meine Hand befindet, hier in dem Bereich, hat er auch nochmal ein Gesicht. So. Wenn man mit Lebewesen kommuniziert, die einmal als Menschen gelebt haben, jetzt nimmt sie das komplett mit Lebewesen kommuniziert. Wenn wir das nicht für Videomateriale aber festhalten wollen, würde es auch hier über einzelne Blätter oder einen einzelnen Hasen kommunizieren. Ich verstehe sich das jetzt nochmal gegen mit einer Hinschleigerung, Und damit die Zuschauer das absolut nicht verstehen. Und damit die Familie und Freunde davon gehen. So. Soll ich nicht die Bestätigung? Und jetzt spreche ich die Familie und die Freunde an, wie ich das gesagt habe vorhin, als ich die anderen Dinge mit entgegenbestätigen lassen habe, was das Lebewesen Matthias Fingerhund meint. Und er kann ja gegen bestätigen, wenn er den Wind im Hintergrund steigert ist. Die Familie und Freunde, denen kann ich wohl helfen, nicht der lebende Menschen ein. Sie können sich dann die CRMS, die .be wenden und ich kann ihnen dann dieses universelle Kommunikationssystem hier in der Bonner-Rheinauer auch zeigen. Und der Matthias Fingerhund könnte sich auch so gezielt zeigen, wie er jetzt gezielt auch gegenbestätigt. Und gezielt dann mit der Familie und den Freunden auch kommunizieren. Kannst du dafür deutlich mitmachen. Und wir sehen, wie da eine Windwelle hier reinkommt. Wir schütteln das nur einmal durch. Und wir sehen jetzt, es beginnt die Schütteln. Wir schütteln das nochmal deutlich so. Also steigern das bitte noch einmal gezielt deutlich. So, ich drehe mich wieder in die Kamera. Sie können die Reaktion währenddessen entsprechend auch an der Pflanze dann ablehnen. Da kann sich der liberatiert Fingerhund noch etwas optimieren. Also das Leben bietet, das den Wind als Naturgewalt einsetzt. Und es zeigt, dass die Kinder und 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 die Kinder Also die Familie und Freunde. Ich kann Ihnen da wie folgt helfen. Man könnte sich hier in der Bonner-Rheinauer trennen. Und ich könnte Ihnen das universelle Kommunikationssystem aufzeigen. Und der Matthias würde sich dann wieder Ihnen gezielt zeigen, wie Sie das auch hier in dem Video-Material mehrfach gesehen haben. Er steigert uns einmal ganz gut. Ich könnte dann die Leute sehen, dass wir das nicht in die Kinder zu zeigen. Und er würde sich Ihnen dann auch ganz gezielt in der Bonner-Rheinauer zeigen. Und könnte mit Ihnen auch Fragen klären, die Sie vielleicht als Familie und Freunde von Ihnen haben. Und ich würde Ihnen das universelle Kommunikationssystem nur erklären, mich dann etwas entfernen von dem Ort, damit Sie direkt mit die Matthias Fingerhut in die Wahrheit, wie es halt geht, kommunizieren können. Und würde in der Gegend bleiben, falls eine Frage ist. Das wäre sozusagen alles, was ich da antworten kann. Und der Matthias Fingerhut ist, dass Sie noch einmal die Kinder in der Familie zeigen können, dass Sie das möchten und dass Sie dann die Kinder auf deiner Familie, deinen Freunden zeigen können. Und dass Sie dafür einen Termin tatsächlich vereinbaren können mit mir in den allen Momenten. Und dann würdest du Ihnen jetzt kommen und Ihnen zeigen, dass die Kinder auch gut bestehen können. Und dann ist ja noch einmal deutlich auch im mittleren Teil der Plan, diese Insteigerung ganz deutlich zu machen. Und die Zuschauer sehen jetzt hier noch die Milchsteinhut ganz sehr. Und ja, ich weiß nicht, dass der Mann hat, dass die Kinder auch zu stehen. So, also an die Familie und Freunde, ja, das Videomaterial ist echt. Es handelt sich um universelle Kommunikation im Bereich der Vorfahrenkommunikation. So würde man das einordnen, mit den Lebewesen der Mann, Matthias Fingerhut gelebt hat. Und sogar das reduzierte Zuführen und Steigern von Wind in den Umfeld wo ich hier befinde. Und für die Familie und Freunde bedeutet das, Sie könnten mich kontaktieren, Sie könnten in die Bonnereien auch gehen oder an irgendeinem anderen Ort unnaturlich sein. Und Sie können uns ja hier vereinbaren, wenn man die Versicherung sieht, dass er sich dann auch ganz gut zu entscheiden würde und ganz gezielt gegenseitigen kann. Wie das jetzt hier auch gesagt. Durch Wind steigen. So kann er also ja sagen. Oder er kann den Wind so einsetzen, dass Menschen, die universell kommunikationsfähig sind, auf einem Level, mit ihm abgleichen können, welcher Windeinsatz welche Bedeutung hat. Und so kann man eine komplexe Kommunikation dann etablieren. Also sozusagen untereinander schaffen. Und er kann sie anwenden, sich so zeigen, so kommunizieren. So ja sagen, so einsagen, in der Wind sind die Windeinsatz und die Windeinsatz und die Windeinsatz Und wir haben heute das Kenntnis zu sehen, dass die Kaufe haben, dass sie mit der Windeinsatz auch erleichtern. Und es wird mir Freude, auch wenn man das mit dem Windeinsatz Jetzt wird er beginnt mit dem Einjagen und dem Durchdruck konstruieren, jetzt die Reaktion und hier in der Mitte der Tanz. Wie du schon gesprochen hast, mein Blickwinkel von mir, der lebende Mensch, dem kann das Lebewesen, mit dem ich jeweils kommuniziere, auch wahrnehmen in der Kommunikation. Das heißt, wenn ich aus einem bestimmten Bereich eines Baumes gucke, in dem Moment, wo ich spreche, hat das Lebewesen auch die Möglichkeit, den Teil der Pflanze zu beeinflussen und mit mir zu kommunizieren. Das war an der Stelle vorher, bevor er noch mal gegenbestätigt hatte, der Fall. Darum mache ich darauf kurz aufmerksam. Ich wollte jetzt aber nicht verwirren, sondern vorher an der Stelle mag das für Sie so aussehen, weil es in dem Teil der Pflanze kaum reaktion war, es wäre nicht gewesen. Aber an der einen Stelle hatten wir kommuniziert über den rechten Teil der Pflanze. Kannst du uns einmal bestätigen, dass du über den rechten Teil der Pflanze mit mir kommuniziert hattest? Habe ich richtig? Ja, dann bitte einmal eine bestätigte Windsteigerung noch, um das Gegen zu bestätigen, damit das auch deutlich passiert. Was ist die Kamera nicht? Hier oben. Mach mal oben eine Windwelle, wenn ich beziehungsweise nicht, wenn ich ein bisschen verstanden habe, dann beziehungsweise jetzt den Bereich, über den ich getroffen habe. Damit die Zuschauer das sehen, hier, wo mein Buch der Teil war. Der Umverteilung war. Das war das, wo mein Blickwinkel vorhin auch war. Aber ich bitte dich einmal deutlich mit der Gesamtpflanze so gegenbestätigen, dass ich besser. Genau, dann sehen die Zuschauer das deutlich. Und was dagegen bestätigt ist, dass er über einen gezielten Punkt an der Pflanze haltend mir kommunizieren kann, indem er nur einzelne Blätter oder Äste bewegt. Das heißt, wenn die Zuschauer nicht genau ihre Augen an die Kommunikation gewöhnen und das abgleichen mit dem, was ich spreche. Und genau diese Chance zu beobachten im Ganzen. Bei einem längeren Kommunikationsverlauf entgeht ihnen dann immer ein Teil der Kommunikation. Das lässt mich aber nicht gleich sein. Wir haben auch Leute zu tun, dass es in der Hand ist, und die Zuschauer weiter sehen, dass ich das so schnell war. Ich werde mich immer da noch ein bisschen mehr rein sagen. Wenn sie überhaupt dran gehört haben, sind sie dann in der Situation, der entweder in welchem Feld einher, oder der wird in einem bestimmten Umfeld anders kontrolliert, wenn die erste bestimmte Bewegungen machen soll. Wo ist es für Lebewesen nach einer Kommunikationsabstimmung zum Beispiel möglich, Äste zu benutzen und zu nicken? Wie sie das mit ihrem Kopf tun würden, ganz gezielt. Was da notwendig ist, ist, dass ich, der lebende Mensch, den Matthias Fingerhoff, wir kennen uns noch nicht so lange, dann müssten die jetzt sozusagen eine halbe Stunde Kommunikation verfeinern und noch besser praktizieren. So wie ich jetzt auch schon mehr Details erklärt habe. Und dann könnte man sozusagen auch da ... Das sind Auslegeräste, die gehen dann hoch und runter sieben weg. Und das haben wir jetzt hier demonstriert, auch im Mittelfeld. So, Sie sehen also, es ist gezielt, möglich. Und das Ganze, diese Kommunikation, würde man dann noch ausbauen. Ich und das Lebewesen. Und sozusagen, wir würden uns gegenseitig feiner abstimmen. Und dann könnte man sich in diesem Zeitpunkt sehr gezielt und vielseitig für Kommunikationszwecke einzusetzen, damit auch die Familie und Freunde neben den anderen Zuschauern von Matthias Fingerhoff das verstehen. Sprich, Sie könnten im Zitat mit dem Lebewesen Matthias Fingerhoff wieder in der Bonner Rheinau spazieren gehen. Seine Identität mit Fragen klären, direkt mit ihm. Und offene Fragen mit ihm besprechen. Und er würde dann gezielt, wo auch andere Sachen zeigen. Und ich würde Ihnen leid vor Ort, den nun der selben Kommunikationsweg einmal aufzeigen, Ihnen das System erklären. Und erklären, worauf Sie genau akten müssen an den Feinheiten, die man in so einem Video nicht immer sieht. Denn wenn Sie als Mensch hier durch die Bonner Rheinau gehen und er würde zum Beispiel windgezint im Umfeld einritzen, dann steigert sich das ja so, dass Sie das auch auf der Haut wahrnehmen wird. Oder Ihre Haare würden anfangen rumzuwäden, je nachdem, wo der Wind eingesetzt wird. Gut, lieber Matthias Rohrhut, ich mache Ihnen das Video, das machst du leider noch hier an, ich bin gut mit Ihnen. Und ich werde versuchen, wenn ich die Daten von deiner Familie habe, sobald ich die Zeit auf deiner Familie zu informieren, Ihnen das Videomaterial zukommen zu lassen. Das ist wieder so einfach. Dass Sie sich interessiert werden können. Ja, dass Sie sich melden können, das sage ich der Familie und den Freunden nochmal. Mein Name ist Neid Sebastian Paul Sieger. Ich helfe da gerne. Sie können mich ganz unkompliziert anschreiben. Ich weiß, es ist eine ungewöhnliche Situation für Sie, wenn Sie das Videomaterial sichten. Aber ich helfe Ihnen da gerne, bei den direkten Terminen mit dem Lebewesen Matthias Fingerhut zu kommunizieren. Mit dem Lebewesen, das ist noch mal die Beziehung. Ich bin einverstanden, wenn ich Ihnen das Videomaterial schicke, mit der deutlichen Einladung, nicht nur auf die Schicke hier in dem Video, darüber, dass Sie sich ja geprägt bezeichnet haben. Ich dachte Sie, dass wir die Rentenmitglieder noch mal die Beziehung sind. Dass Sie sich noch freuen würden, wenn Sie in Tokio greifen würden. Und dass Sie die Beziehung Teilung würde, zu dem Termin, die Sie all diese drei Punkte bezeichnen, mit einer deutlichen Windsteigerung einmal die Beziehung nehmen. Ja, dann fang an. Aber dann deutlicher bitte. Noch deutlicher, die Zuschauer ein bisschen Strom in der Pflanze in den Augen behalten. Aber auch das Mittelfeld dann bitte einmal ganz deutlich steigern. Noch deutlicher. Noch deutlicher. Noch deutlicher. Noch deutlicher. So, die Zuschauer sehen jetzt die Windsteigerung hier. Man nimmt seine Pflanze und der Wind zieht jetzt in die Pflanze rein. Und das nicht wieder mehr schicken. Ich kann sagen, das war so. Ähm, ich soll der Familie und den Freunden wahrscheinlich noch was dazu sagen. Ähm, es wirkt auch nicht so, als wenn der Matthias Fingerhut ist, sind Sie sich dann sicher, wie Sie auf das Videomaterial reagieren werden. Und es ist da etwas zu schüchtern. So wirkt das auch nicht als derjenige, mit dem er ja kommuniziert, was Sie hier in diesem Video sehen. Neben der Tatsache, dass er direkt mit Ihnen kommuniziert. Äh, aber bestätigt hat er deutlich, dass er sich zu einem Termin zeigen würde. Und auch, dass er sich freuen würde, so wie ich das verstehe. Und er bezieht sich das nochmal gegen. Und Sie sehen, wie da mehr Wind an die Pflanze kommen. Und Sie sehen jetzt nochmal eine deutliche Beflügelung für Sie als Familie und Freunde. Dass er sich sozusagen das Ziel zeigen würde, dass es Ihnen Freude machen würde, mit Ihnen wieder kommunizieren zu können. Und dass er sich mehr freuen würde, wenn Sie die Möglichkeit einfach ergreifen, äh, so einen Termin zu vereinbaren und dann vor Ort das zu überprüfen. Soll ich das vielleicht nochmal so kommunizieren? Sie sehen da eine deutliche Reaktion in der Pflanze. Und Sie darf auch bezieht, dann schüttel bitte einmal den kompletten Baum und las seine Familien und Freunde doch einfach einzeln in Termin, um das zu überprüfen, dass sie Matthias Fingerhut wisst und bringen das doch einfach auf den Punkt. Und dann ist das doch genial. So, und der Familien und Freunde sage ich es richtig. Ähm, wenden Sie sich einfach an mich. Dann treffen wir uns hier in der Bonner Hainau. Und dann kann das Wäbelwesen Matthias Fingerhut muss dann ja selber gehen, die Befürchtung nach der Matthias Fingerhut. Und selbstverständlich auf dem Level, wie Sie als Familie und Freunde das benötigen. Nichts anderes. Äh, und der Matthias Fingerhut befehlt sich das auch zu leben. Dann schütteln die Pflanzen bis oben nochmal, einfach um die deutliche Differenz nochmal deutlich aufzuzeigen. Also, du würdest dies zeigen und es wäre kein Problem, wenn deine Familie und Freunde sich die Fragen mitbringen, die sie halt haben. Auch um deine Identität zu überprüfen, du würdest dir Mühe geben, die Fragen zu beantworten, das alles zu klären, so dass du das verstehen und erfassen könnt, damit ihr dann im Anschluss wieder von ihm kommunizieren könntest. Habe ich das richtig was drin? Dann schüttel auch den oberen Teil der Pflanze nochmal deutlich aufzuzeigen. Matthias. Noch deutlich was. Den oberen Teil. Die Krone einmal deutlich schütteln. Soll ich es schütteln? Soll ich es schütteln? Soll ich es vor ihm nicht mehr anziehen? Oben. Oben... deswegen jetzt. Los nicht darauf. Sorry, nein. Sorry... Those nicht mal so. So, also an die Familie und Freunde von dem Matthias Fingerhut, ich gehe davon aus, er würde sich zeigen und ich gehe davon aus, wir würden ca. 15 Minuten Kommunikationsabstimmung benötigen mit Ihnen, also ich und Sie und das Lebewesen Matthias Fingerhut. Und der erste Fähig, der würde dann auch alle Fragen klären, die Sie haben, beziehe ich das nochmal gegen, sprich Sie können auch Fragen mitbringen, um die Identität von dem Lebewesen zu überprüfen oder Fragen, die Sie an das Lebewesen haben, der mal als der Mann Matthias Fingerhut gelebt hat, also Ihren Familienangehörigen, allgemeine Fragen, die Sie vielleicht haben, wie es Ihnen geht und so weiter und so weiter. Und das Fähigematerial stelle ich dann online und klicke an deine Familie, dann ist das auch ein Fähig, das war richtig, ne? So, und Sie sehen wieder das deutlicher Schütteln oben in der Krone, wie Sie das gerne gehabt haben, noch deutlicher, noch deutlicher, gut. Ja, jetzt sehen Sie das deutlicher rüberkommen, noch deutlicher. So, und für die Zuschauer, es gibt unterschiedliche Einsatzmethoden von Wind, wenn ich von Schütteln spreche, dann meine ich das im Prinzip diesen Effekt. Und dann können Lebewesen aber auch den Wind so steigern, dass die Äste im Wind stehen. Das sind Dinge, damit kann Aufliegen befindet werden, das können die Zuschauer aber besser erfassen, wenn sie vor Ort sind. Denn es ist schwer zu sehen und zu erfassen im Videomachia, weil sich die Äste dann sozusagen nicht bewegen, sondern nur anheben und dann aber viel Wind erhalten, um in dieser Position gehalten zu werden. Danach senden Sie sich wieder ab. Währenddessen bei dem Schütteln haben Sie konstante Bewegung zu ihm auf. Möchtest du sie noch verabschieden, denn es muss noch heiße, wie viele Freunde ausgehen? Möchtest du deine Familie und deine Freunde und die Menschen auf dem Planeten eher einmal sieben, wie sie verletzt werden, wie sie abzieht? Wie ist sie abzieht, wie? Ja oder nein? Familie und Freunde verwandeln. Ja oder nein? Ja. Ja gut, dann mach das mal, ich steige einmal die Windwende, die Ziel, also mach mal, der Baum ist ja sehr hoch, dann mach jetzt noch mal die Zielwünsche deiner Familie und Freunde, um sie zu grüßen und danach beendet das Video und deine Familie und Freunde wurden ja informiert, dass sie mich dann an den Rentenverlangen werden. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und vielleicht macht man ja in der Zukunft noch ein bisschen. Einverstanden? Einverstanden. Super. Dann kann er jetzt Wind machen oder nicht. Steigern. 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 Und die Zuschauer sehen, dass im rechten Teil der Pflanze ist mehr Wind angekommen, jetzt wird mehr Wind eingesetzt und jetzt steigert er das, damit deutlich mehr Bewegung in der Pflanze wieder drin ist, damit die Familie und Freunde das auch zur Kenntnis nehmen können. Und der Familie und Freunde sage ich noch, also das Sinnvollste wäre, wenn sie tatsächlich sich an die Website wenden, beziehungsweise das Kontaktformular. Ja, ich sehe die E-Mails dann, ich bekomme die direkt selber. Dann können wir uns hier in der Bonner-Rheinauer treffen. Dann kann sich das Lebewesen, der sich als Matthias Fingerhut identifiziert hat, nochmal gezielt zeigen. Das bestätigt er auch noch. Und dann können sie sozusagen hier vor Ort in der Bonner-Rheinauer mit ihm alle Fragen klären und mit ihm alles durchkommunizieren. Und dafür sehen sie auch eine ganz gezielte, deutliche Windsteigerung. Und das ist, glaube ich, auch das Wichtigste, was das Lebewesen, was mal als der Mann Matthias Fingerhut gelebt hat, seiner Familie und seinen Freunden hier mitteilen wollte, neben der Tatsache, dass er sich freuen würde, jetzt bald besser wieder mit ihm kommunizieren zu können, wenn sie die Möglichkeit ergreifen möchten. Gut, ich beende das Video und Sie sehen zwei Videos nacheinander vom selben Moment, also die denselben Moment aus zwei Blickwinkeln aufgezeichnet haben, aneinandergereiht, wenn Sie das Videomaterial sichten, der nächste Blickwinkel von sofort. So, herzlich willkommen bei www.cambacy.de. Heute zeige ich euch universelle Kommunikation, wenn alles gut geht mit dem Lebewesen, der einmal als Matthias Fingerhut gelebt hat. Und zwar geboren am 16. Oktober 1936 und gestorben der menschliche Körper am 20.03.2020. Der Matthias Fingerhut, wenn die Kommunikation aber gleich gut läuft, den lerne ich dann auch erst kennen. Das noch als Information für die Zuschauer. Das heißt, die Kommunikation muss sich unter Umständen kurz mit ihm abgleichen. Und der Matthias Fingerhut hat am 23.03.2020 seinen Maschinenkörper verloren. Wenn die Kommunikation jetzt gut funktioniert, dann ist die Einsetzung steigern und die Zwischenunikation auch reduzieren, damit die Zuschauer dann so differenziert und gut sehen können. Sie sehen aber deutlich sehr viel Ginz in dieser Pflanze im Hintergrund. Und parallel kommuniziere ich noch über Körper-Sharing. Aber in diesem Moment habe ich das mit dem Matthias Fingerhut noch nicht komplex getan. Das werden wir dann aber gleich noch ausbauen. Denken ich mir. Und für die Zuschauer die Information parallel über das Körper-Sharing kommuniziere ich noch mit anderen Lebewesen, die abgleichen, dass es ist um das Lebewesen, was es hier handelt. Nun ist der Baum ruhig. Wenn das Lebewesen anwesend ist, was Matthias Fingerhut entsprechend der Daten aus dem Generalantreiger der Türenwitz-Antreide in Bonn, dann steigere bitte einmal den Wind deutlich, bestätige deine Anwesenheit mit Intelligenzbewusstsein und Kommunikationsfähigkeit und dass du als Lebewesen anwesend bist und kommunizieren möchtest. Die Zuschauer sehen, dass deutlich diese viel Gewinnfälle nun reinkommt als Bestätigung. Deswegen sehen wir den Effekt, dass die Äste sich dann auch deutlich geneigt haben. Das ist also die Hauptplan, das hier kommunizieren zu werden. Und zusätzlich kann das Lebewesen, was ich als Matthias Fingerhut identifiziert habe, das Lebewesen mit dem Grundsatz der Türenwitz nur mit der Türenwitz, weil die Wünsche wieder bedeutete Wind werden als Bestätigung. Und das ist das Lebewesen, der Matthias Fingerhut im Umfeld viel später auch zeigt. Wenn er den Wind steigert, stimmt er etwas zu, darüber kann er gezielt Ja sagen, oder zustimmen währenddessen die Strecke. Was nicht bedeutet, dass er jedem Satz immer zustimmen muss, das ist wichtig zu verstehen. Aber die Strecke ist in der Kommunikation, weil die Strecke ist in der Kommunikation auch herbequellen werden. Er bestätigt das deutlich mit der deutlichen Windwelle. Und die Kommunikation müssen wir dann Abgleitungen lauter zeigen, die sind zwischen uns anpassen. Das ist für die Zuschauer, wie als wenn sie Menschen neu kennenlernen, den sie noch nicht kennen. Das ist im Prinzip dasselbe, was wir jetzt hier auch gerade sehen. Und wenn sie dann deiner Familie und deinen Freunden klares Lebenszeichen senden möchten, dann wird ihnen doch mal die Pflanze jetzt noch mal säusen und durch die Schiffe, dass sie jetzt nicht säusen bewegen und wir produzieren noch mal Sinkwellen. Und ja, die beziehen keinen, wie du die Bestätigung vorher auch gemacht hast, dass deine Familie und Freunde ein klares Leben erweichen von ihnen wollen. Wir gehen bitte jetzt mit der neuesten Bezeichnung. Das ist die Kommunikationsabstimmung, die ich vorweg gesagt habe. Und das ist die Kommunikationsabstimmung, die ich vorweg gesagt habe. Und jetzt einmal ein bisschen den oberen Teil deutlich schütteln, damit die Zuschauer das passiert. Noch deutlich schütteln. Und jetzt macht es einmal, wie du es vorher gemacht hast, ganz am Anfang. Das ist noch nicht die Beste, was wir machen. So, im oberen Teil sehe ich nun etwas schütteln ankommen. Jetzt die klare Reaktion. Und Sie sehen, dass der oberen Teil deutlich geschüttelt wurde und der gesamte Baum wieder begehendlich geschüttelt, wie es am Anfang des Videos war. Und jetzt, der Matthias Fingerhut hatte sich zu Beginn deutlicher gezeigt, als die Kommunikationsabstimmung sonst ergeben würde. So, Matthias Fingerhut ist richtig. Jeden Zeichen an Familie und Freunde möchte ich nun aufgesinnt. Darf ich Sie kurz fragen, soll ich das Plattische erzählen, den Bezug auf deine Familie und Freunde und mögliche Gespräch? So, jetzt würde ich Sie dir wünschen, dass die Familie und Freunde von dir wie Sie hier endlich in die Funktion entwenden, um dann direkt in der Bonnereinhaue so bestätigt und klar mit Ihnen kommunizieren zu können. Wenn ja, dann zeig er den Riss einmal ganz deutlich. Und schüttel die Pflanze durch. Danach sage ich deiner Familie und seinen Freunden was dazu, ehe die Firma hat das immer in die Pflanze. So, möchtest du, dass ich zu einem direkten Fressen komme? Wenn ja, hier bitte Sie will, wenn Sie reinjagen und deutlich sein. Die Zuschauer sehen, den oberen Teil deutlich mehr wird ankommen, der oberen Teil wird auch mehr Bewegung gefahren, deutlich zu bewegen. Oberer Teil. Den oberen Teil durch zu bewegen. Noch deutlicher. Einmal ganz deutlich machen. Noch deutlicher. Und jetzt noch mal, wie zu bewegen. In dem Video, wie zu bewegen, in dem Video, deutlich zu bewegen, in deinem Stil. Kommunikationsabstehung mag er nicht. So, klar war richtig, klar war bestätig. Damit die Zuschauer das verstehen, ich probiere mit ihm, jetzt weil ich das Lebewesen nicht kenne, sozusagen meine Kommunikation mit ihm noch deutlicher abzustellen. Er hat sich deutlich und gezielt gezeigt, mehrfach, das haben Sie ja gesehen, und er reagiert, wie man das als Mensch formulieren würde, leicht bockig, wenn ich von ihm eine gezielte Bestätigung irgendwo in den Bereich einfordere. Das ist aber nicht schlimm. Also, ich bin ein lebender Mensch, der gerade ein Lebewesen kennenlernt, was kein Mensch in den Körper mehr hat, und das ist nicht sozusagen Eigenheiten, die man dann in der Kommunikation feststellt. Das ist jetzt nichts Negatives, sondern es ist notwendig zu verstehen, um das dieses Überbesser zu verstehen, sprich, das Lebewesen der Lebewesen und die Aufmachtierung identisch zu machen. Aber bestätige man jetzt trotzdem einmal mit dem Schütteln oben, dass du den unteren Teil der Pflanze deutlich gefühlt nutzt, um gegen zu schütteln. Und bestätige das aber einmal oben auch, damit die Zuschauer dann deutlich gefühlt recht von dir bekommen. Das wäre schon wie möglich. Die Zuschauer sehen jetzt auf der rechten Seite, dass er dann anfängt, den obere Teil, die Krone sozusagen zu schütteln, sodass sie in den Ästen so ein Movement gesehen haben, dass sie sich von links nach rechts bewegen. Und sie sehen da, wo sie in meiner Hand befinden, hier in dem Bereich hat er auch nochmal nichts zu tun. Wenn man mit Lebewesen kommuniziert, hier einmal als Menschen gelebt haben, jetzt sehen Sie, dass er diese komplette Pflanze nutzt, um ihn jetzt zu kommunizieren. Wenn wir das nicht für Videomaterial auch festhalten wollen würden, hier über einzelne Blätter oder einen einzelnen Akt zum Beispiel zu kommunizieren. Dann bestätige ich das jetzt nochmal gegen mit einer Sinnsteigerung, damit die Zuschauer das deutlich versteht und damit die Familie und Freunde das von dir ausführen. So, deutliche Bestätigung. Und jetzt spreche ich die Familie und die Freunde an, wie ich das gesagt habe vorhin, als ich die anderen Dinge mit ihm gegenbestätigen lassen habe, was das Lebewesen Matthias Fingerhut meint. Und er kann ja gegenbestätigen und jeder den Blick im Hintergrund steigern ist. Die Familie und Freunde, denen kann ich wohl helfen, nicht der lebende Mensch nein. Sie können sich dann bis hier erinnerst, die Punkte E wenden und ich kann Ihnen dann dieses universelle Kommunikationssystem hier in der Bonner-Rheinauer aufzeigen. Und der Matthias Fingerhut könnte sich auch so bezieht zeigen, wenn Sie hier jetzt bezieht auch gegenbestätigen. Und bezieht dann mit der Familie und den Freunden auch kommunizieren. Kannst du dafür deutlich schütteln lassen? Und Sie sehen, wie da eine Windwelle hier reinkommt. Ich schüttel das noch einmal durch. Und Sie sehen, jetzt beginnt die Schütteln. Sie schütteln das noch einmal deutlich. Also steigern das Schütteln noch einmal, wird viel deutlich. So, ich drehe mich wieder in die Kamera. Sie können die Reaktion währenddessen, ich spreche auch an der Pflanze, dann ablesen. Da kann sich der liebe Matthias Fingerhut noch etwas optimieren. Also das Lebewesen, das den Wind als Naturgewalt einsetzt, um sich zu zeigen und zu kommunizieren und um zu antworten. Das ist das, was Sie hier sehen. Also die Familie und Freunde. Ich kann Ihnen da wie folgt helfen. Man könnte sich hier in der Bonner-Rheinauer treffen. Und ich könnte Ihnen das universelle Kommunikationssystem aufzeigen. Und der Matthias Fingerhut würde es dann wieder Ihnen gezielt zeigen, wie Sie das auch hier in dem Videomaterial mehrfach gesehen haben. Er steigert jetzt einmal ganz gezielt den Bild ganz deutlich. Wir werden das in der Zukunft geben Ihnen das zu zeigen. Und er würde sich Ihnen dann auch ganz gezielt in der Bonner-Rheinauer zeigen. Und könnte mit Ihnen auch Fragen klären, die Sie vielleicht als Familie und Freunde von Ihnen haben. Und ich würde Ihnen das universelle Kommunikationssystem nur erklären. Mich dann etwas entfernen von dem Ort. Damit Sie direkt mit dem Matthias Fingerhut sozusagen und so weit wie es halt geht kommunizieren können. Und würde in der Gegend bleiben, falls eine Frage ist. Das wäre für uns sagen alles, was ich da anbieten kann. Und der Matthias Fingerhut. Du kannst bitte noch einmal interessieren, wenn ich Ihnen mit einer Windsteigerung. Dass du das möchtest. Und dass du dich dann gezielt auf deiner Familie, deinen Freunden zeigen könntest. Und dass sie dafür einen Termin tatsächlich vereinbaren könnten mit mir, dem lebenden Menschen. Und dann würde es gut zu dem Termin kommen und sich so gezielt zeigen würde, wie es jetzt auf dem bestehen kann. So, dann möchte ich noch einmal deutlich auf den anderen Teil der Pflanzen, den Wind steigern, um es ganz deutlich zu machen. So, die Zuschauer sehen jetzt die deutliche Windsteigerung. Ganz prinzipiell ein Video von dem Lebewesen, der mal als der Mann Matthias Fingerhut gelebt hat. So, also an die Familie und Freunde. Ja, das Videomaterial ist echt. Es handelt sich um universelle Kommunikation. Im Bereich der Vorfahrenkommunikation, so würde man das einordnen. Mit dem Lebewesen, der mal als Mann Matthias Fingerhut gelebt hat. Der sich ihnen zeigt, über die Ingenanzeige, über das neue Windsteigerung, über das Prinzip zugeführt und steigern von Winden in dem Umfeld, wo ich mich befinde. Und für die Familie und Freunde bedeutet das, sie könnten mich kontaktieren. Sie könnten in die Bonner Rheinauer gehen oder an irgendeinem anderen Ort, wo Natur ist. Und sie könnten dann den Termin mit mir vereinbaren, dem Matthias Fingerhut bestätigt die ganz deutlich mit der Windsteigerung, dass er sich ihnen dann auch ganz gezielt zeigen würde und ganz gezielt gegenbestätigen würde, so wie er es jetzt hier auch getan hat. Durch Windsteigerung. So kann er also Ja sagen. Oder er kann den Wind nur einsetzen, dass Menschen, die wieder sehr kommunikationsfähig sind, auf hohem Level, mit ihm abgleichen können, welcher Windeinsatz welche Bedeutung hat. Und so kann man eine komplexe Kommunikation dann etablieren, also sozusagen untereinander schaffen. Und er kann sie anwenden, sich so zeigen und kommunizieren. Nur Ja sagen, Nein sagen, Händel ausdrücken, ein bisschen. Und so würde es dich sehr freuen, wenn deine Kommunikationsfreunde das Gekennnis nehmen, dass sie die Chance haben, sich direkt zu treffen und wenn sie die Chance auch ergreifen würden. Und würde es die Freude aus, wenn da die Wind steigen, wenn ich da richtig fliege. Und den Zuschauern sage ich schon wenigstens, dass die Windwelle sehr gezielt reinkommt, sehen. Aber steigern wir jetzt noch einmal deutlicher. Noch deutlicher einmal. Sehr beruhigt wird und danach einmal durchschütteln. Jetzt wird er beginnen mit dem Reinjagen und dem Durchschütteln. Und wir sehen jetzt die Reaktion oben und hier ins Mittelfeld reinziehen. Und für die Zuschauer, als ich gesprochen hatte, mein Blickwinkel von mir, der lebender Mensch, den kann das Lebewesen, mit dem ich jeweils kommuniziere, auch wahrnehmen in der Kommunikation. Das heißt, wenn ich auf einen bestimmten Bereich eines Baumes gucke, in dem Moment, wo ich spreche, hat das Lebewesen auch die Möglichkeit bezieht, nur einen Teil der Pflanze zu beeinflussen und so mit mir zu kommunizieren. Das war an der Stelle vorher, bevor er noch einmal gegenbestätigt hatte, der Fall. Darum mache ich darauf kurz aufmerksam. Ich wollte jetzt aber nicht verwirren, sondern vorher an der Stelle mag das für Sie so aussehen, weil mit dem Teil der Pflanze kaum Reaktion war, es wäre nichts gewesen. Aber an der einen Stelle hatten wir kommuniziert über den rechten Teil der Pflanze. Kannst du dich einmal bestätigen, dass du über den rechten Teil der Pflanze mit mir gezielt kommuniziert hattest? Hat ich nichts gesehen? Ja, dann bitte einmal eine gezielte Windsteigerung noch, um das Stöhnen zu bestätigen, damit die Zuschauer das auch deutlich funktioniert. War richtig, ja oder nicht? Ne, oben. Mach mal oben eine Windgrille, wenn du bestätigen möchtest, dass du das richtig verstanden hast, dann bitte schüttelst du jetzt den Bereich, über den ich gesprochen habe vorhin, damit die Zuschauer das sehen, hier wo mein Buch hinschreibt. Der Unsere Teil ist bei uns. Das war das, wo mein Blickwinkel vorhin auch kam. Aber ich bitte dich einmal deutlich mit der Gesamtpflanze Junkhegen zu bestätigen, das ist besser. Genau, dann sehen die Zuschauer das deutlich. Und was er eben bestätigt ist, dass er über einen gezielten Punkt an der Pflanzhaltung mit mir kommunizieren kann, indem er nur einzelne Blätter oder Äste bewegt. Das heißt, wenn die Zuschauer nicht genau ihre Augen an die Kommunikation gewöhnen und das abgleichen mit dem, was sie sprechtet und genau diese Chance beobachten, die ganzen. Bei einem längeren Kommunikationsverlauf entgeht ihm dann immer ein Teil der Kommunikation. Also das lässt sich ja bei mir bei ihm. Er hat auch deutlich mit dem bestimmten Punkt an der Pflanzhaltung. Das ist das Schild von der Pflanzhaltung. Das ist das Schild von der Pflanzhaltung. Das ist einfach perfekt nach. Die sehen wir dann mit der Pflanzhaltung an der Pflanzhaltung. Der Wind wird in den Wind und in den Wind und in den Wind etwas anders kontrolliert, wenn die Äste bestimmte Bewegungen machen sollen. Nur ist es für Lebewesen nach einer Kommunikationsabstimmung zum Beispiel möglich, Äste zu benutzen und zu nicken, wie sie das mit ihrem Kopf tun würden. Ganz gezielt. Was da notwendig ist, ist dass ich der lebende Mensch, den Matthias Fingerhund, wir kennen uns noch nicht so lange. dann müssten wir jetzt sozusagen eine halbe Stunde die Kommunikation verfeinern und noch besser praktizieren. Das wird jetzt auch schon mehr Detail erklärt. Und dann könnte man sozusagen auch das, was wir hier sehen können. Und wenn wir hier eine neue Klinik, da wo ich hingesehen habe, nicht in dem Teil der Pflanke, aber schütteln die dann nochmal durch, bitte, um den Zuschauern nochmal deutlicher gegen zu gestehen, dass wir hier in der Klinik auch in der Klinik landen. Und Sie sehen auf der rechten Seite jetzt wieder Windwellen reinkommen. Und wenn Sie die Äste beobachten auf der rechten Seite, das sind Auslegeräste, die gehen dann hoch und runter siebennecken. Und das hat er jetzt hier demonstriert, auch im Mittelfeld zu sehen. So, Sie sehen, also es ist gezielt möglich. Und das Ganze, die Kommunikation würde man dann auch ausbauen, ich und das Lebenwesen, und sozusagen wir würden uns gegenseitig feiner abstimmen. Und dann würde man sozusagen so eine Pflanke sehr gezielt und vielseitig für Kommunikationszwecke einzusetzen, damit auch die Familie und Freunde neben den anderen Zuschauern, warum Matthias Fingerhut das versteht. Sprich, Sie können in Zukunft mit dem Lebewesen Matthias Fingerhut wieder in der Bonner-Rheinau spazieren gehen, seine Identität mit Fragen klären direkt mit ihm, denn das ist das, was er hier kommuniziert hat, das Lebewesen, was sich als Matthias Fingerhut identifiziert hat, und offene Fragen mit ihm besprechen. Und er würde dann gezielt so auch Antworten, die sich ihm zeigen, und ich würde ihm live vor Ort den universalen Kommunikationsweg einmal aufzeigen, ihm das System erklären und erklären, worauf Sie genau achten müssen, an den Feinheiten, die man in so einem Video nicht immer sieht. Denn wenn Sie als Mensch hier durch die Bonner-Rheinau gehen, und er würde zum Beispiel windgezielt im Umfeld einsetzen, dann steigert sich das ja so, dass Sie das auch auf der Haut wahrnehmen würden. Oder Ihre Haare würden anfangen rumzuwäden, je nachdem, wo der Wind eingesetzt wird. Gut, lieber Matthias Fingerhut, ich sage Ihnen, das Material dann auch für eine Einrichtung zu finden, und werde versuchen, wenn ich die Daten von deiner Familie habe, sobald ich die Zeit habe, deiner Familie zu informieren, Ihnen das Videomaterial zukommen zu lassen. Bitte da mit anfangen, dass Sie so informiert werden können, dass Sie sich melden können, das sage ich der Familie und den Freunden nochmal. Mein Name ist Neide Bastion-Pauer-Sieger. Ich helfe da gerne, Sie können mich ganz unkompliziert anschreiben, ich weiß, eine ungewöhnliche Situation für Sie, wenn Sie das Videomaterial sichten, aber ich helfe Ihnen da gerne bei einem direkten Termin, mit dem Lebewesen Matthias Fingerhut zu kommunizieren, mit dem Lebewesen, dass Sie hier erst Matthias Fingerhut sind. Bist du einverstanden, wenn ich hier natürlich nur Martial schicke, mit der deutlichen Einladung, die du auf den Schick hast, hier nur die, darüber, dass du dich ja gespielt hast, gezeigt hast, dass wir sich an die CIA ein bisschen wenden können. Und dann kannst du nochmal diese Beschlüge, dass mich das freuen würde, wenn die Schockzeit reichen würde und wenn sie das Bezieher teilen würde, es zu ihm für mich, und schon all diese drei Punkte, sozusagen, mit einer deutlichen Windsteigerung einmal sieben geschnitten haben. Ja, dann fang an. Aber dann deutlicher, bitte. Noch deutlicher, und die Zuschauer, bitte, ich freue mich, dass man es in den Augen behalten, aber auch das Mittelfeld dann bitte einmal ganz deutlich steigern. Noch deutlicher. Noch deutlicher. Noch deutlicher. Noch deutlicher. So, die Zuschauer sehen jetzt die Windsteigerung hier an dem Teil der Pflanze und der Wind zieht jetzt in die Pflanze rein, sodass sie wieder mehr Schüttel-Effekt haben. Das war deutlicher. Ich soll der Familie und den Freunden wahrscheinlich noch was dazu sagen. Es wirkt auch nicht so, als wenn der Matthias Bingerhut, der ist im Rüchland sicher, wie sie auf das Videomaterial reagieren werden. Und es ist da etwas schüchternd. So wirkt das auf mich als derjenige, mit dem er ja kommuniziert, was sie hier in diesem Video sehen. Neben der Tatsache, dass er direkt mit ihm kommuniziert. Aber bestätigt hat er deutlich, dass er sich zu einem Termin zeigen würde. Und auch, dass er sich freuen würde, so wie ich das verstehe. Und er bestätigt das nochmal gegen. Und sie sehen wieder mehr Wind an die Pflanze kommen. Und sie sehen jetzt nochmal eine deutliche Bestätigung für sie als Familie und Freunde. Dass er sich sozusagen gezeigt zeigen würde, dass es ihm Freude machen würde, mich wieder kommunizieren zu können. Und dass er sich sehr freuen würde, wenn sie die Möglichkeit einfach ergreifen, so einen Termin zu vereinbaren und dann vor Ort das zu überprüfen. Soll ich das vielleicht nochmal so kommunizieren? Sie sehen dann eine deutliche Reaktion in der Pflanze. Und darauf gezielt dann schütte bitte einmal, den kompletten Baum und lad deine Familie und Freunde doch einfach ein zu einem Termin, um das zu überprüfen, dass du Matthias Fingerhuth bist. Und bring das doch einfach auf den Punkt. Und dann ist das doch genial. So, und der von mir und der Freundin sage ich, ist richtig, wenden Sie sich einfach nicht. Dann treffen wir uns hier in der Bonner Rheindauung. Und dann kann das Lebewesen Matthias Fingerhuth, muss dann ja selber jeden bestätigen, dass er Matthias Fingerhuth ist. Und selbstverständlich auf dem Level, wie sie als Familie und Freunde das benötigen. Und nichts anderes. Und der Matthias Fingerhuth bestätigt das auch gegen. Dann schüttel die Pflanze bitte oben nochmal, einfach um die deutliche Differenz nochmal deutlich aufzuzeigen. Also du würdest dich zeigen, und es wäre kein Problem, wenn deine Familie und Freunde so viele Fragen mitbringen, wie sie halt haben, auch um deine Identität zu überprüfen. Du würdest dir Mühe geben, die Fragen zu beantworten, das alles zu klären, so dass wir das verstehen und erfassen können, damit ihr dann im Anschluss wieder von dem Tisch kommunizieren könntet. Habe ich das richtig verstanden? Dann schüttel auch den oberen Teil der Pflanze nochmal deutlich, hätte ich gesagt. Matthias. Nochmal sicher. Den oberen Teil. Die Krone einmal deutlich schütteln. Deutlich schütteln. So, also an die Familie und Freunde von dem Matthias. Matthias Fingerhut. Ich gehe davon aus, er würde sich zeigen. Und ich gehe davon aus, wir würden circa 15 Minuten Kommunikationsabstimmung benötigen. Mit Ihnen dann, also ich und Sie, und das Lebewesen Matthias Fingerhut. Und er hat bestätigt, er würde dann auch alle Fragen klären, die Sie haben. Ich bestätige das nochmal gegen. Sprich, Sie können auch Fragen mitbringen, um die Identität von dem Lebewesen zu überprüfen. Oder Fragen, die Sie an das Lebewesen haben, der mal als der Mann Matthias Fingerhut gelebt hat, also Ihren Familienangehörigen, allgemeine Fragen, die Sie vielleicht haben, wie es Ihnen geht, und so weiter und so fort. Und das Videomaterial stelle ich dann online und schicke dann deine Familie dann eine Klasse auch ein. Das war richtig, ja? So, und Sie sehen wieder, das deutlich, die Schütteln oben in der Krone, wie Sie das gerne hier abhaben. Noch deutlicher. Noch deutlicher? Gut. Ja, jetzt sehen Sie es deutlicher, wo der kommt. Noch deutlicher? So, und für die Zuschauer, es gibt unterschiedliche Einsatzmethoden von Wind. Wenn ich von Schütteln spreche, da meine ich im Prinzip diesen Effekt. Und dann können Lebewesen aber auch den Wind so steigern, dass die Äste im Wind stehen. Das sind Dinge, damit kann auch Gegenbestätigt werden. Das können Sie als Zuschauer aber besser erfassen, wenn Sie vor Ort sind. Denn es ist schwer zu sehen und zu erfassen im Videomaterial, weil sich die Äste dann sozusagen nicht bewegen, sondern nur anheben und dann aber viel Wind erhalten, um in dieser Position behalten zu werden. Danach senken Sie sich wieder ab. Währenddessen bei dem Schütteln haben Sie konstante Bewegung für Ihre Aufmerksamkeit. Wieso ist Lebewesen, wenn man sich das Finger holt, möchtest du sich noch verabschieden? Denn es muss noch weiter, wie wir es heute aussehen. Möchtest du, deine Familie und deine Freunde und die Menschen auf dem Planeten einmal die Schuhe mit der Gute schütteln, und würdest du, wenn du sie abgeschütteln? Ist das schon abgeschütteln? Ja, aber nein. Familie und Freunde vor Ort. Ja oder nein? Ja gut, dann mach doch mal. Ich steige einmal die Windwelle. Gezieht, also mach mal, der Baum ist ja sehr ruhig. Dann mach jetzt nochmal gezielt Wünsche deiner Familie und Freunde, um sie zu grüßen, und danach beendet das Video und deine Familie und Freunde, die wurden ja informiert, dass sie sich dann an den Lendenkern sehen würden. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und vielleicht macht man ja in naher Zukunft noch ein Video. Einverstanden? Steigern, 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 steigern. So, und die Zuschauer sehen, dass im rechten Teil der Pflanze ist mehr Wind angekommen, jetzt wird mehr Wind eingesetzt und jetzt steigert er das, damit deutlich mehr Bewegung in der Pflanze wieder drin ist, damit die Familie und Freunde das auch zur Kenntnis nehmen können. Und der Familie und Freunde, sag ich noch also, das ist der Toilste wäre, wenn sie sich tatsächlich an die Website wenden, beziehungsweise das Kontaktformular, ich sehe die E-Mails dann, ich bekomme sie direkt selber. Dann können wir uns hier in der Bonner-Rheinauer treffen, dann kann sich das Lebewesen, der sich als Matthias Fingerhut identifiziert hat, nochmal gezielt zeigen. Das bestätigt er auch noch. Und dann können Sie sozusagen hier vor Ort in der Bonner-Rheinauer mit ihm alle Fragen klären und mit ihm alles durchkommunizieren. Und dafür sehen Sie auch eine ganz gezielte, deutliche Windsteigung. Und das ist, glaube ich, auch das Wichtigste, was das Lebewesen, was mal als der Mann Matthias Fingerhut gelebt hat, seiner Familie und seinen Freunden hier mitteilen wollte, neben der Tatsache, dass er sich freuen würde, jetzt bald besser wieder mit ihm kommunizieren zu können, wenn sie die Möglichkeit ergreifen. Ich beende das Video. Und Sie sehen zwei Videos nacheinander vom selben Moment, also den selben Moment aus zwei Blickwinkeln aufgezeichnet haben, aneinander gereift, wenn wir das Video materialisieren. Der nächste Blickwinkel kommt sofort. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.